Willkommen zu unserer 17. Ausgabe. Wir sind Cathera Podcast. Schön, wieder eine Ausgabe zu drehen. Mein Name ist Gökhan. Mit dabei ist wieder hier unser Engineer vom Podcast. Janik, wie geht's dir? Mir geht's gut. Guter Engineer war schon eine nice Introduction, muss ich sagen. Ja, du tust ja hier alles leiten und so. Ich bin ja nur der, der, der immer bei dir vorbeikommt und ein paar Wörter hier reinrede ins Mikrofon. Und gut, wie dem auch sei, freut mich auf jeden Fall, dass wir wieder eine Ausgabe machen. Es gab ja jetzt eine UFC Fightcard letzte Woche. Und zwar war das Sinks gewesen. Home vs. Shevchenko in Chicago. Und dann machen wir noch eine Preview zur kommenden Fightcard am Wochenende. Dies Jahr am 30. Juli, Lawler gegen Woodley. Und ja, würdest du noch was sagen, bevor wir die Preview machen? Ich will nur sagen, dass ich geschockt war beim Main Event. Aber an sich fand ich die Kämpfe ganz gut. Bis auf Elkins hat mich ein bisschen aufgeregt. Aber gut, er hat gewonnen. War okay. Nice. Sehr gut. Okay, dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit den Early Prelims. Der erste Fight war Louis-Henrik gegen Dimitri Smolyakov. Der Louis-Henrik, der ist ja ein Grappler. Und der Dimitri Smolyakov ist ja, glaube ich, eher so ein Striker. War ja, glaube ich, sein UFC-Debüt gewesen. Als ich den Kampf angeschaut habe, ist mir gleich aufgefallen, Louis-Henrik, also wie ich schon gesagt habe, ist ein Grappler. Der hat halt immer die Pace gepusht, hat versucht, den Octagon zu kontrollieren, hat sein Grappling benutzt, den Gegner gegen den Kitsch gepressured, dort kontrolliert die ganze Zeit, ihn runtergenommen, mit Ground und Pound bearbeitet. Zumindest in der ersten Runde. Da hat Smolyakov aber schon eine gute Takedown-Defense bewiesen, teilweise. Also Louis-Henrik konnte ja auch mal einen Takedown landen von sieben Stück. In der zweiten Runde dann ging es eigentlich genauso weiter. Da konnte dann Louis-Henrik wieder einen Takedown landen, hat dann den Dimitri Smolyakov mit Ground und Pound bearbeitet. Und man hat schon gemerkt, Smolyakov ist halt richtig müde geworden. Man hat auch gemerkt, dass es sein Debüt war, weil der war schon so, am Ende der ersten Runde war er schon so aus der Puste gewesen, was ja ein bisschen normal ist bei Heavyweights, weil die meistens ja nicht so eine gute Kondition haben. Und außer Ken Valeskis natürlich, wenn er auf C-Level kämpft. Und ja, in der zweiten Runde dann, wie gesagt, hat dann Louis-Henrik so den Smolyakov am Boden kontrolliert, ihn von hinten aus bearbeitet, also vom Rücken aus mit Schlägen. Und der Smolyakov, der hat kaum noch Kraft gehabt, sich die Deckung hochzuhalten am Boden und so. Und Louis-Henrik hat dann per Submission gewonnen. Ich glaube, das war ein Rear-Naked-Choke, wenn ich mich recht erinnere. Schon, oder? Ja, war schon ein Rear-Naked-Choke. Sehr gut. Hattest du noch was zum Kampf sagen? Also ich fand ihn nicht schlecht, auf jeden Fall Louis-Henrik. Ja, cool auf jeden Fall. Also es ist halt mal ein Heavyweight, der jetzt ganz guter Dinger ist, Grappler ist. Man hat auch gemerkt, er ist auch schon voll müde geworden und so. Müssen halt beide an der Dinger, an der Condi auf jeden Fall arbeiten. Aber die sind ja auch noch, ich sag mal, relativ neu in der Szene. Von dem her war das schon auf jeden Fall eine gute Performance. Und ja, man. Ja, hat man schon gemerkt. Der Louis-Henrik ist auch ziemlich stark, finde ich, was das Wrestling angeht. Und die Pressure gegen den Cage. Vor allem hat mir sehr gut gefallen. Denn ansonsten, wie du schon gesagt hast, die Ausdauer ist halt echt ein Problem bei den beiden. Smoljakov war ja komplett tot, hatte ich das Gefühl, in der zweiten Runde. Das sah echt schlimm aus. Das war ja gar nichts. Meine erste Runde ist ja noch schon Footwork gemacht und ein bisschen vor und zurück. Aber dann zweite Runde war Katastrophe. Aber wie du schon sagst, die sind ja jetzt ziemlich jung in der Branche oder beziehungsweise in UFC. Wenn sie da weiter trainieren, dann wird es auf jeden Fall gut. Freut mich auf jeden Fall für Louis-Henrik. Okay, hat mir gut gefallen, die Performance. So, dann der nächste Kampf war Jason Knight gegen Jim Ellis. Ich hoffe, du hast den Kampf gesehen, weil der war richtig geil gewesen. Es war ja auch Fight of the Knight gewesen. Bedeutet, dass eben beide Fighter hier delivered haben von der Performance her und einen Performance-Bonus bekommen haben von jeweils 50.000 Dollar, was ja auch immer cool ist für die Fighter. Der Jason Knight, also ich kannte ja beide Fighter kaum und der Jason Knight hat mich hier wirklich überzeugt. Der hat hier in der ersten Runde ein sehr gutes offensives Pacing gehabt. Der hat den Jim Ellis immer gepusht und sein Stand-Up war richtig, richtig gut. Also die Kicks sahen richtig, richtig gut aus von Jason Knight und auch sein Striking. Der hat sehr, sehr viele Stege gelandet und der Jim Ellis hat hier halt mehr gecircult, hat so ein bisschen, hat defensiv geboxt, hat aufgepasst, dass er nicht zu hart getroffen wird. Und ja, der Jason Knight, der hat ja wirklich die ganze Zeit die Pace hier gepusht, wie ich schon gesagt habe. Und so, ich glaube, am Ende der ersten Runde dann sah es schon ziemlich gut aus für Jason Knight und der hat schon gemerkt, okay, der ist schon viel, viel besser als Jim Ellis im Striking. Dann hat dann Jason Knight, das war voll witzig gewesen, Jason Knight hat dann zu Jim Ellis mit im Kampf gesagt, weißt du, der hat mit dem geredet, dann sagt er zu ihm so, come on, shoot for the takedown, you want to und so, ich weiß, was für den takedown willst und so. Und es war richtig witzig gewesen im Moment, weil der weiß, Jim Ellis ist halt auch ein Grappler, so wie er selber eigentlich auch, aber der wollte den Kampf im Stehen führen. Und der Jim Ellis, der war erstmal, glaube ich, ein bisschen geschockt gewesen. Der Jason Knight hat dann wirklich gebombt mit Schlägen, Alter. So in der ersten Runde sah auf jeden Fall richtig, richtig gut aus. In der zweiten Runde ging es dann genauso weiter für Jason Knight, außer, dass halt der Jim Ellis dann am Ende der Runde in einem takedown landen konnte. Daraus konnte er aber auch nicht so viel machen. Und in der dritten Runde war das so ein bisschen so ein Slugfest gewesen, wo beide hart getroffen wurden, sage ich mal. Und da konnte halt Jim Ellis auch wieder in einem takedown landen, der hat aber auch wieder nicht viel draus gemacht und so. Also es lag, glaube ich, auch daran einfach, dass Jason Knight selber auch ein sehr guter Grappler ist und gut am Boden ist, genau wie Jim Ellis so. Deswegen haben wir beiden sich, sag ich mal, neutralisiert so. Also deswegen ist auch am Boden nicht viel passiert. Und der Jason Knight hat ja auch wirklich ein gutes BJJ bewiesen. Der war, glaube ich, der Jim Ellis war einer Guard von Jason Knight und die Guard sah richtig gut aus von Jason. Der hat ja diese Rubber Guard gezeigt und auch diese Things Guard von Eddie Bravo, die der benutzt. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt und so. Wo Joe Rogan so richtig ausgeflippt ist. Und ja, sonst auf jeden Fall, der Jason Knight sah hier richtig, richtig sehr, sehr gut aus vom Stand-Up her. Und der hat mich überzeugt und ich freue mich mal auf die weiteren Kämpfe von dem. Ja, ich habe mir den Fight danach nochmal angeschaut. War ganz gut auf jeden Fall, hat mir auch sehr gefallen. War auf jeden Fall Fight of the Night würdig. Ich fand, ja, Jason Knight hat halt auch ein paar Schläge gut kassiert von Jim Ellis, aber ansonsten war es jetzt schon eine gute Performance von Jason Knight. Hat auf jeden Fall gezeigt, was er drauf hat. Dieses Trash-Talking war ganz witzig. Joe Rogan ist ja auch ziemlich durchgedreht. Ja, man. Er hat gesagt, oh my God, this is so fun to watch. This guy is fun to watch. Hat er ja dann auch gesagt im Interview. Und ja, die Split-Ecision kann ich auch nicht verstehen, weil ich habe es auch 2 zu 1 gesehen. Und vielleicht, ja, in der letzten Runde sah Jim Ellis ganz gut aus, als er rausgekommen ist, hat er den so gedroppt. Ich weiß nicht, ob es als, ich glaube nicht, dass er als Knockdown gezählt hat, aber er hat den schon hart getroffen in dem Moment. Aber Jason Knight hat es dann gut einstecken können und es war jetzt auch nichts so Schlimmes. Ja, man, also ich habe es auch 2 zu 1 für Jason Knight gesehen. Ich weiß auch nicht, wie der eine Judge das für Dings, den Kampf Jim Ellis geben konnte, aber gut, passiert halt, ne? Ja, okay. War ja dann nicht schlimm, hat sich ja nicht negativ ausgelöst. So, der nächste Kampf war Alex Oliveira gegen James Muntasri. Und der Kampf ist ungefähr so ausgegangen, wie ich ihn auch im letzten Podcast previewt habe. Auch wenn jetzt, sag mal, beide Fighter sehr gutes Stand-Up haben, vor allem Muntasri, der ja schon seit, keine Ahnung, Seite 8 ist oder so, oder Seite 6 ist Taekwondo macht und sehr gutes Stand-Up hat. Was ich aber noch vergessen habe zu sagen, der James Muntasri, ich habe ja im letzten Podcast gesagt, der trainiert bei, habe ich gesagt, Kings MMA, ne? Habe ich gesagt, gehen mit den ganzen Brasilianern und so. Das war falsch gewesen, der tut bei Blackhouse MMA trainieren. Oh, okay. Ja, ja, mit den anderen, das sind auch fast nur Brasilianer, aber halt andere, ne? So, da würde ich mir auf jeden Fall Dinge entschuldigen, das war falsche Info von mir. Aber Blackhouse ist ja auch ein sehr gutes Gym, da hast du ja auch Anderson und so. Also, wenn die in der USA trainieren, halt zumindest, Anderson, Jacare und so, die ganzen Biester. Und, ähm, ja, also der Oliveira, man hat schon gleich in der Ersten Runde gemerkt, der hat den, ähm, der hat den James Muntasri gepressured die ganze Zeit, wollte mit denen grappeln, hat ihn gegen den Cage gedrückt und so, hat Muntasri gar nicht gefallen, der wusste auch gar nicht, der war ein bisschen hilflos gewesen, der wusste gar nicht, wie er sich verteidigen sollte oder einfach sein Grappling war halt nicht gut genug, um sich von Alex Oliveira lösen zu können. Und, ähm, in der zweiten Runde ging es eigentlich genauso weiter. Und der Oliveira konnte dann halt in einem Takedown landen und hat dann so den Rest der Runde, äh, den James Muntasri am Boden die ganze Zeit kontrolliert, mit Schlägen bearbeitet und so ihn müde gemacht. Und in der dritten Runde ging es genauso weiter. Also der hat den James Muntasri überhaupt kein Space gelassen, seine Kicks oder so einzusetzen oder sein Stand-Up. Und, äh, Alex Oliveira sah wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus. Und, ähm, ja, die Takedowns sahen auch sehr gut aus und sein, ähm, Things Control, also wie er James Muntasri ständig kontrolliert hat, am Boden, gegen den Cage und so ihn müde gemacht hat. Wirklich. Also das war eine sehr, sehr gute Performance gewesen von ihm. Ja, nach der ersten Runde, nachdem der diesen Knee to the Eier gekriegt hat, das war dann schon ein richtiger Schlag. Ich dachte auch, der Fight wird abgebrochen, weil das sah schon heftig aus. Das sah ich schon aus, ja. Da kamen die ganzen Referees rein. Ich fand, er hat am Anfang gar nicht mal so schlecht gekämpft, Muntasri, auch in der dritten Runde am Anfang. Aber sobald das wirklich, ja, sobald er gegen das Cage gepressert wurde oder auf dem Boden, dann war es halt ein bisschen vorbei. Fand ich ein bisschen schade. Ich hoffe mal, James Muntasri kriegt jetzt noch mal einen Gegner in der UFC. Aber ich glaube nicht, dass er gecuttet wird jetzt. Ich denke nicht, schon gut, aber die müssen halt dem halt einen anderen Fighter geben als Gegner. Ja, auf jeden Fall. Ja, Oliver war auf jeden Fall noch zu stark. Am besten halt nur so ein Stand-Up-Guy. Die müssen ja alles lernen. So James Muntasri, keine Ahnung, der ist halt wahrscheinlich, der macht glaube ich auch noch nicht so lange MMA und der braucht halt Erfahrung. Ich glaube, das ist auch eine gute Erfahrung für ihn. Mal schauen, was er daraus machen wird. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Und vor allem, wenn der jetzt, das ist ja ein gutes Camp oder ein gutes Gym, wo der da drin ist, im Black House MMA. Genau. Da gibt es ja auch gute, wenn da Jack Curry und so dabei sind, sind es ja auch gute Jiu-Jitsu-Guys. Da kann der auf jeden Fall noch einiges lernen. Das war auf jeden Fall gut für den. Genau. So, den nächsten Kampf habe ich leider nicht gesehen. Das war Michael Preceris gegen JC Cottrell. Preceris gewinnt hier durch Punkte, dominant jede Runde. Hast du den Kampf gesehen irgendwie? Nein, den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe gehofft, dass du den vielleicht anschaut. Nee, nee, der war auch nicht so sehr spannend gewesen. Ich habe immer kurz mal reingeschaltet, aber ja, ich habe mich auch nicht so großartig auf den Kampf gefreut. Ja, Preceris hat hier halt durch Punkte gewonnen. Ich glaube, mehr brauchen wir hier auch nicht zu sagen. Ja. So, den nächsten Kampf habe ich aber gesehen. Und zwar war das Kamaru Usman gegen Alexander Jakovlev. Der Kamaru Usman, der war bei dieser Tav-Sendung gewesen, ATT gegen Black Sillions. Und da hat man auch schon gesehen, der ist ein sehr, sehr guter Wrestler, sehr guter Grappler und so. Der nimmt halt immer jeden Gegner runter, kontrolliert ihn da und gewinnt halt so seine Kämpfe. Diesmal war es auch nicht anders gewesen, gegen Jakovlev. Der Jakovlev hat ja ein sehr, sehr gutes Stand-Up. Ist ja Master in Sambo oder so oder irgendwie so ein Scheiß. Keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall hat er sehr, sehr, sehr gutes und gefährliches Stand-Up. Das wusste Kamaru Usman. Deswegen hat er das gemacht, was er am besten machen kann, was er auch jedes Mal macht. Und zwar sein Wrestling einsetzen und Jakovlev zu Boden bringen. Das hat er auch jede Runde gemacht. Sobald dann Jakovlev am Boden war, konnte er halt auch nicht viel machen. Also der Usman hat ihn überhaupt nicht aufstehen lassen oder ihm die Gelegenheit gegeben. Und ja, Usman hat ja auch die meiste Zeit dann Oktagon auch kontrolliert so. Und in der zweiten Runde ging es eigentlich genauso weiter wie in der ersten. Man hat schon gemerkt, der Jakovlev hat ein bisschen Angst gehabt vor den Takedowns von Usman, weil der wusste, dass er ein sehr guter Wrestler ist. Deswegen war er auch ein bisschen vorsichtig beim Striken. Der hat nicht zu viel overextended und so. Man hat schon gemerkt, der hat sich ein bisschen passiv gekämpft, sich ein bisschen zurückgehalten. Und das war halt wieder auch so ein bisschen zu seinem Fängnis, weil Usman hat ihn so oder so runtergenommen. Und vielleicht hätte Jakovlev ein bisschen mehr riskieren müssen oder so. Der hat in dem Kampf ganze, ich glaube hier ganze Elf Schläge gelandet oder so. Das ist wirklich nicht viel. für drei Runden. Und das war eine wirklich hammer Performance gewesen von Usman, auch wenn es nicht sehr, ich sag mal, fanfreundlich ist, so eine Performance. Und wenn viele sowas nicht mögen, wenn, ja, ich sag mal, Fighter Gegner runternehmen und die dann ganz am Boden kontrollieren und ein bisschen langweiligen Kampf machen. Aber, ich meine, das muss man auch erstmal schaffen. so, ja, Jakovlev ist natürlich ein bisschen selber schuld und er wusste ja, er wusste ja, worauf er sich einlässt. Wahrscheinlich hat er auch sein Wrestling, sein Take-Down-Defense und alles trainiert, aber es reicht halt nicht. Es bringt halt auch nicht dann, erst Wrestling zu lernen oder keine Ahnung was. Ich weiß, ich habe auch gelesen, dass Jakovlev Freestyle-Wrestling-Background hat, aber dann natürlich so, das Wrestling, was Kamaru Usman gelernt hat in den USA, ist natürlich fast wieder was ganz anderes. Die lernen das ja schon in der Highschool ganz früh, oder die wachsen ja mit Wrestling auf und wenn die dann später in der, keine Ahnung, NCAA Division I oder so wrestlen, dann die sind so gut teilweise, das ist unglaublich. Da kann man halt echt nicht mithalten. Ja, klar, sehe ich genauso. Habe ich nicht gesehen den Fight, aber als ich mir dann das Ergebnis gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, war mir ein bisschen klar, dass es nicht anders ausgehen wird. So, der nächste Kampf ging ungefähr gleich aus, wie jetzt der Kamaru Usman Fight. Das war Darren Elkins gewesen gegen Godofredo Pepe. Darren Elkins auch genau wie Usman, ein unglaublicher Wrestler, hat es sehr, sehr gut in der Offensive der Darren Elkins und ja, der hat auch das gemacht, was er in jedem Kampf macht, den Gegner runternehmen, ihn da kontrollieren und mit Schlägen bearbeiten. Das war auch so größtenteils der Kampf gewesen und Godofredo Pepe, der hat hier schon ein bisschen eine Strikers Chance gehabt, wie der Jakovlev, aber die haben es halt nicht geschafft. Die wurden halt ganz zu Boden genommen, der Pepe genauso. Ich fand es halt cool, wo dann teilweise, also wo Elkins dann den Godofredo Pepe zu Boden genommen hat und Pepe dann von, er hat gemerkt, okay, er schafft es nicht aufzustehen und er hat dann von Boden aus angefangen, von seinem Rücken aus auf Darren Elkins zu schlagen. Das war halt ziemlich witzig, aus ihm auszunocken. Das geht halt wirklich kaum, das ist halt sehr, sehr schwer. Der Godofredo hat halt ein sehr, sehr gutes und so ein flashy, funky Stand-Up. Ist auch sehr, sehr gefährlich im Stand-Up und das wusste Darren Elkins natürlich, hat ihn deswegen auch immer die ganze Zeit zu Boden genommen, ihn da kontrolliert und mit Schlägen bearbeitet und das war größtenteils der Kampf gewesen. Also da kam echt nicht viel von Godofredo, leider so, aber das war ein bisschen klar gewesen, aber es war wirklich eine super Performance von Darren Elkins gewesen, er macht das erstmal. Also so die Offensive von Elkins ist echt wirklich, wirklich krass, wie er sein Wrestling jedes Mal benutzt und die Kondition von dem ist wirklich sehr, 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 sehr gut und ja, der ist auf jeden Fall auf dem Weg nach oben, würde ich sagen, der Darren Elkins. Ja, also ich habe mir die erste Runde angeschaut und die Hälfte von der zweiten und da hatte ich schon keinen Bock mehr irgendwie. Ja, ich meine, ich weiß ja, was Darren Elkins machen will, und Pepe hat es halt versucht mit ein paar Submissions oder ein paar versucht, ein bisschen Striking rauszuhauen, aber hat halt nichts gebracht, ne. Wenn er den runterkriegt und dann bearbeitet, kannst du nichts machen. Godofredo Pepe weiß ja, auf was er sich einlässt, aus dem Gegner sich einlässt, aber der kann es halt nicht stoppen. So Darren Elkins ist wirklich so ein guter Wrestler teilweise und ich würde mal sagen, der hat wirklich so eines der besten, so, ähm, der, eines der besten, also ist eines der besten mit dem, bestem Wrestling, sag ich mal, in der UFC und mit dem besten Take-Downs und dem besten Control, also hast Darren Elkins ganz vorne mit dabei, so, und, ja, so Leute, die halt Darren Elkins schlagen können, sind halt so Leute wie Chad Mendes zum Beispiel, die selber sehr, sehr gutes Wrestling haben und die halt diese Take-Downs verteidigen können, ne. Ja, ja. Wenn du selber kein, keine Ahnung, Division-One-Wrestler bist oder so, oder keinen Wrestling-Background hast, wirst du, glaube ich, immer verdienen gegen Darren Elkins. Ja, das ist halt das Problem, ne. Das sieht man, ist immer dieses Match-Up-Ding. Also, ich bin mir sicher, ja, wird es halt trotzdem schwer haben, so gegen Leute wie Max Holloway ein richtiges Viech gerade. Ja, ich glaube gegen... Ich glaube nicht, dass er gewinnen kann gegen Nee, glaube ich auch nicht, glaube ich, ja. Aber wer weiß, vielleicht überrascht er uns, ja. Der gute Elkins. Okay, dann der nächste Kampf war Frankie Sainz gegen Eddie Wineland. Wie spricht man sich den Nachnamen aus von Frankie? Sainz, glaube ich. Schon Sainz, oder? Sainz, ja. Okay, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Der Kampf hat mir sehr, sehr gefallen. Wir haben uns beide auch schon vorher auf den Kampf gefreut gehabt. Der Eddie Wineland hatte ja auch Performance of the Night bekommen, verdient auch, das war ein sehr, ich sage mal, technischer Kampf gewesen. Der, in der ersten Runde, also ich habe ihn, ich habe ihn teils, teils angeschaut. Der Wineland hat hier in der ersten Runde einen Knockdown gelandet bei, beim Frankie Sainz. Hat er nicht aber so overcommitted, hat dann gewartet, hat dann nicht gerusht quasi, weil der wusste, Frankie Sainz hat ein gutes Skin und so und der wird es jetzt nicht rausprozieren. ich sage mal, so in der ersten Runde haben die größtenteils gestrikt so. Da sah Wineland aber schon besser aus, so würde ich mal sagen, mit den Kombinationen und das Striking, sein Speed, der war auf jeden Fall schneller gewesen und in der zweiten Runde dann ging es ungefähr so weiter. Ich glaube, der Frankie Sainz hat auch einen Takedown versucht, hat dann aber nicht geklappt, weil der Wineland ist ja selber auch ein sehr guter Wrestler, hat er auch hier bewiesen. Sein Takedown-Defense war auch on point gewesen von Wineland, weil der Frankie Sainz ist ja ein Wrestler, der versucht ja auch die Gegner runterzunehmen und da auch zu kontrollieren. Aber der hat es halt sehr schwer gehabt gegen Eddie Wineland, der sehr gute Takedown-Defense bewiesen hat und in der dritten Runde dann hat dann der Eddie Wineland sehr gut mit Punches connected, den Frankie Sainz und ihn dann gefinisht, was sehr brutal aussah. Im Stand war das sogar, glaube ich, gewesen. Da konnte er nicht mehr und der Herb Dean ist dann reingesprungen und hat dann Frankie Sainz sein Leben gerettet. Also ich würde mal sagen, das war jetzt auch nicht so eine schlechte Performance von Frankie, aber der Wineland hat dir wirklich sehr, sehr gutes Striking bewiesen, sehr gute Takedown-Defense, die Kombination sah sehr, sehr gut aus. Er wurde auch ein paar Mal hart erwischt, selber hart erwischt von Frankie, aber hat dir auch ein gutes Kind anbewiesen und ja, schönes Comeback auf jeden Fall von Eddie Wineland. Das hat mich auch auf jeden Fall riesig gefreut, vor allem, ich fand es auch cool, wie Jerome gesagt hat, dass der Eddie Wineland so eine ganz verrückte Stance oder weird hat, also nicht orthodoxe Stance hat. Er steht wie so, erinnert mich an Anthony Rumble Johnson, so ein bisschen breiter stehen, damit er viel Power aufbauen kann. Man hat es ja gesehen, der hat richtig viel Power in den Händen und hat den dann auch gefinisht. Als er diesen, ich glaube, eine Straight Ride war das, womit er Frankie Sands gestoppt hat, es war schon richtig brutal, der ist dann richtig gedroppt, das dachte ich mir, heilige Scheiße. Ich war echt geschockt, hätte ich nicht erwartet. Auf jeden Fall Power. Auf jeden Fall Power, ja, und Take Down Defense hat er auch gut gemacht, also es war, er war auch voll wieder gut, also vom Footwork her, es war halt ein bisschen anders gegen Carraway, Carraway ist auch ein super Fighter, hat man ja gesehen in seinem letzten Kampf. Jetzt ist er wieder ein bisschen mehr zum Zug gekommen gegen Frankie Sands und ich glaube, wenn er sich jetzt wieder so langsam hochkämpft, wird der Eddie Wineland schon Probleme machen in der Division. Denke ich auch, ja. Und Frankie Sands darf einen On-User schätzen. Ich denke mal so, der nächsten Gegner, den er bekommt, ich glaube, ich denke mal, dass er schon eine sehr gute Chance hat, die Kämpfe zu gewinnen. Der ist ja auch ziemlich gut, nur mit Eddie Wineland hat er halt die echten, schweren Gegner gehabt. Und das war halt so sein Problem gewesen. Sonst ist er eigentlich auch ein sehr guter Fighter. Genau. Und dann der nächste Kampf war, der Opener, der Main Card war das, ein Frauenkampf, Felice Herrick gegen Cailin Curran. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Cailin Curran, oder? Ich weiß nicht. Ja, ich sage mal Cailin Curran. Du hast den Kampf bestimmt gesehen, der ging ja auch nicht wirklich lang, oder? Nee, der ging nicht lang. Also, Felice Herrick kam wieder rein, die hat ja ihren letzten Kampf gegen Paige Van Zandt verloren und hat dann, glaube ich, ein Jahr lang Pause gemacht. kam jetzt zurück, sah aber auch gut aus vom Stand-Up. Hat mir gut gefallen. Jetzt hat sie aber, Cailin Curran hat halt folgenden Fehler gemacht. Die hat, die Felice Herrick ist, glaube ich, auf die zugegangen und wollte den Takedown machen. Da hat die Cailin, ich glaube, eine Right gegeben und dann noch einen Left Kick. Das hat die Felice am Kopf getroffen und das hat die gut gerockt. Aber in dem Moment hat die Felice Herrick irgendwie das Bein geblockt oben und hat die dann zum Takedown runtergenommen. Hat dann die am Boden bearbeitet, einen Back-Control gemacht und hat die dann mit dem Real Naked Choke gefinished. Krass. War schon krass von Felice Herrick, muss man sagen. Hat sie ein gutes Kind bewiesen und gute, wie sagt man das, die hat halt keine Angst mehr gehabt und hat einfach, ist ruhig geblieben, hat das gemacht, was sie konnte, ein gutes Ground Game und hat damit auch Cailin Curran gefinished. Ist halt schade jetzt für Cailin Curran, weil sie sah echt nicht schlecht aus vom Stand-Up, auch von ihren Kicks. Ja, muss halt, passiert halt mal. So sieht's aus. Okay, dann kommen wir zum nächsten Kampf und zwar dein Mann Yannick Francis Nganoum hat gekämpft gegen Bojan Michalovic. Ich hoffe, ihr habt den Namen richtig ausgesprochen. Ich glaube, es war UFC-Debüt gewesen, auch von Bojan. Der hat im Kampf ganze drei Schläge gelandet und Francis neun Schläge, nur dass die Schläge von Francis ein bisschen härter sind wahrscheinlich. Der hat ihn ausgenockt nach anderthalb Minuten. Hast du den Finish gesehen? Ja, also ich muss sagen, das war voll komisch, weil ich weiß nicht, was, also Michalovic war ja eh immer so, der ist den Kopf runter und dann hat er so geswingt. Also so sah es für mich immer aus. Und dann war der gegen den Cage gepressured und dann Francis Nganou hat dann dem so eine linke gegeben, aber die hat nicht wirklich am Kinn getroffen, sondern irgendwie auf der Chesthöhe und der wollte dann, glaube ich, für einen Takedown gehen, hat den dann nicht gekriegt, der Bojan. Dann lag der auf dem Boden und dann kam Francis Nganou von oben und hat den Schläge gegeben, ein paar Hammerfists. Die haben auch getroffen, aber Bojan hat sich dann halt verteidigt und dann hat Hölbtin schon den Kampf gestoppt. Ja, das habe ich gesehen, der Bojan hat sich dann auch beschwert, dass der Kampf abgebrochen worden ist, aber das war halt auch ein bisschen schwer zu sehen in dem Moment. Ja, ja, klar. Also der hat sich so komplett gecovert, da wurde Hölbtin, dachte halt vielleicht, okay, der will nicht mehr, also es ist schwer zu judgen. Ich glaube, der hat den Kampf sowieso verloren. Der Nganou, der hatte einen sehr guten Run in der UFC und der hat auch so viel Power, also halt wirklich krasse Knockout-Power und jeden, den er trifft, geht auch immer zu Boden, vor allem UFC-DB von Bojan. Das ist halt auch ein No-Name, sage ich mal, den kennt halt niemand, ist halt auch nicht so auf dem Level von Francis Nganou. Ich wollte ihn mal gerne in Francis Nganou gegen den besseren Fighter sehen, ja, das kriegt er jetzt sicher auch bald. Was an sich, wo der unten lag dann, ich meine, Francis hätte dann halt nicht aufgehört, dann wäre es halt nochmal so eine Minute lang, hätte er den halt auf den Kopf geschlagen. Früher oder später wäre der Fight eh zu Ende gegangen. Ja, auf dem Hinterkopf, genau. Okay, dann Kommen-Event war Edson Barbosa gegen Gilbert Melendez. Henrik, hast du den Kampf gesehen? Ja, auf jeden Fall. Fand ich super Performance von Barbosa. Ja, wollte ich gerade fragen, wie fand ich die Performance von Barbosa gegen Melendez? Ja, die Lag-Kicks waren übertrieben dann. Sowas habe ich noch nie gesehen, so eine Lag-Kick-Speed und auch die Take-Down-Defense. Man sieht es, der arbeitet richtig daran mit Frankie Edgar. Also ein richtiges Viech geworden, der Edson Barbosa. Das ist richtig gefährlich jetzt mittlerweile. Ja, ich habe ja gesagt, also seitdem er mit Mark Henry trainiert, ist es wirklich eine so gute Entscheidung gewesen von Edson Barbosa. Man merkt auch so, sein Wrestling ist allgemein viel besser. Der hat hier sogar Gilbert Melendez einmal runtergenommen, halt, das muss ich mal geben. Ja. Das gibt es gar nicht, oder? Das ist wirklich verrückt. Und Edson Barbosa, weil Edson Barbosa ist ja eigentlich ein so Muay Thai-Fighter, eher ein Stand-Up-Fighter und jetzt nimmt er sogar seine Gegner runter, sogar Leute wie Gilbert, die eigentlich selber aus dem Wrestling-Background haben und sehr gutes Wrestling haben. Die Take-Down-Defense sah echt krass aus von Barbosa. Man hat schon gemerkt, der Gilbert, der wollte gar nicht so wirklich im Stand mit dem Barbosa kämpfen, was auch verständlich ist. Hat versucht, halt seinen Game wieder durchzuziehen, quasi den Gegner runternehmen, also den Kampf dreckig zu machen, den Gegner zu pressuren, ihn runterzunehmen, da zu kontrollieren oder durch Octagon-Control, Octagon-Pressure eben, so wie jedes Mal. Diesmal hat er das nicht geschafft. Er hat fünf Takedowns versucht. Barbosa konnte alle verteidigen. Wie gesagt, Barbosa konnte selber einen Takedown landen. Im Stand-Up, so hat er, ich glaube, größtenteils kassiert, der Gilbert. Der hat ein paar Mal auch ganz gut gelandet, aber war, glaube ich, nichts Schlimmes mit dabei, sage ich mal. Nichts, was Edson weh getan hat. Die Kicks waren auch wieder on point, wie immer halt. Dieser Switch-Kick ist ja auch übertrieben. Ist ja auch richtig, richtig schnell von Barbosa. Und ja, der Gilbert, der hat hier wirklich Stege gefressen und Kicks bis zum Gehtnichtmehr. Und ja, ich war auch ungefähr, wir hatten es ja auch ungefähr so previewt, ne. Wenn der Melendez es halt nicht schafft, die Takedowns zu landen, so, was seine Stärke ist, dann hat er halt ein Problem, so. Stand-Up ist halt niemals, so niemals auf dem Level von Edson Barbosa, auch wenn Gilbert Melendez hier mit Dings trainiert, so. Mit den Stockton-Jungs, weiß ich, mit Nick und Nate Diaz und so. Das kann ich halt vergessen, so. Da gewinnscht du niemals gegen Edson. Und wie gesagt, freut mich für Edson, dass er sich weiterentwickelt hier so. Auch, dass er hier so an seinem Wrestling sehr hart arbeitet und man merkt schon, der Junge will Champion werden, so. Der meint es auch wirklich ernst und bin mal gespannt auf seinen nächsten Kampf. Ja, ich frage mich halt auch, wen der kriegt jetzt in der nächsten, weil der hat jetzt schon sehr gute, der hat ja den letzten hatte ja Anthony Pettis, den Ex-Champion hat er besiegt, war super Performance auch. Jetzt musste er doch sicher vielleicht gegen Tony Ferguson oder so. Ah ne, da hat er verloren. Da hat er verloren, Stimmt, ja. Jetzt frage ich mich, wen würdest du dem geben oder wen würdest du gerne sehen gegen Edson Barbosa? Den wahren Champion, Khabib Nummer-Germadov. Ja? Nein, Spaß. Obwohl, wieso nicht, Alter, Khabib? Ja, eigentlich schon, das wäre schon interessant. Das wäre doch mal richtig geil, oder? Weil jetzt, vor allem jetzt, ist ja die Take-On-Defense richtig gut von Edson und früher hätte er natürlich bestimmt aus dem Maul bekommen von Khabib, weil Khabib einfach runtergenommen hätte, aber so jetzt in der, in seiner momentanen Lage, Situation würde ich den mal gern sehen gegen Khabib, das wäre doch mal ein guter Fight. Das wäre echt gut, ja. Eine gute Ansetzung. Wann ist der eigentlich, wann kommt Khabib eigentlich wieder zurück? Weil der hat gesagt, ja, ja, stimmt, aber ist ja schon, ist ja wieder vorbei. Ja, jetzt müsst ihr ja bald wieder kämpfen, glaube ich. Ja, ich denke mal schon. Ich kann ja mal bei UFC im Büro anrufen, in Las Vegas, und dann fragen, mit Joe Silva reden, sagen, hey, wie sieht's aus, Edson gegen Dinger, Khabib? Der bestimmt sagen, ja, ja, ich hatte schon eine Planung, lass mich rein, den Job machen. Tschüss. Der macht den super Job. Hey, Joe Silva ist der fucking Wahnsinn. Ja, sowieso. Der Typ ist der Burner. Okay, dann Main Event, der Fight Card, war Holly Holm gewesen, gegen Valentina Shevchenko. Ich hab nur die Highlights gesehen, Shevchenko sah ja wirklich sehr gut aus im Stand-Up. Ja, mehr hab ich auch nicht dazu zu sagen. Ich hab durch Punkte gewonnen. Ich glaub, du hast den Kampf hier gesehen, du bist ja der Experte bei den Frauenpfeits. Was sagst du dazu? Also ich war erstmal überrascht. Also ich hab mir gedacht, dass Valentina Shevchenko vor allem ab der dritten Runde so richtig warm wird, weil das hat die auch schon gegen Nunes gezeigt, hat sie auch dann bessere Take-Downs, jetzt sogar Take-Downs gelandet gegen Holly Holm. Sie war an sich das Problem, was bei Holly Holm war, also man dachte beide, okay, die werden versuchen zu Counter-Striken und Holly Holm ist da ein bisschen reingegangen und die war immer einen Ticken zu langsam und dann konnte Valentina Shevchenko immer gut kontern. Also sie ist reingekommen und das Problem bei Holly Holm ist, die telegraph das ein bisschen, indem sie so ha 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 macht, so ein bisschen. Ich weiß nicht, wieso die das macht, aber das hat ja voll die Probleme gegeben in dem Fall. Sie hat immer so komisch geschrieben. Ja, ja. Und dann wusste das Valentina, glaube ich, und dann in dem letzten Moment hat die der dann immer noch einen Kick gegeben oder einen Jab, dann selber Kombinationen rausgehauen und die Valentina ist ja eine super Muay Thai-Fighterin, die hat ja auch schon mal gegen Johanna Jinjajek gewonnen im Muay Thai. Stimmt, ja. Also sie ist richtig gut im Stand-Up. Das hat man da auch gezeigt, also hat man auch gesehen. Im Clinch-Game in der ersten Runde hat sogar Holly Holm die richtig gut getroffen, aber danach war es ein bisschen so vorbei. Im Clinch-Game konnte Holly ein bisschen die so outmuskeln so, aber das war es dann auch. Weil so im Stand-Up, die war immer schneller, die Valentina, die hat immer gut gekontert. Also ich weiß nicht, Holly Holm hätte vielleicht ein bisschen mehr aggressiver sein sollen, vielleicht ein bisschen ich weiß nicht, irgendwas hat da gefehlt. Ich glaube, die hatte ein bisschen auch Angst, weil die wusste, dass die Valentina halt Power hat und sehr gutes Striking. Vielleicht hat sie sich da ein bisschen zurückgezogen und dachte, okay, ich will nicht so ein großes Risiko eingehen, aber vielleicht hätte sie es dann halt in dem Moment machen sollen, weil den Rest, den sie da gemacht hat, hat halt nichts gebracht, weil Valentina das genau wusste. Die wusste das, hat gewartet, bis sie fertig ist, hat dann diese Ha-Ha's gehört, diese Schreie von der Holly Holm und dann hat sie noch im letzten Moment gecountert und die dann hart getroffen und auch viele Spinning Elbows waren, ein paar Spinning Fists, richtig gute Performance auf jeden Fall von Valentina und jetzt wird es echt gefährlich für, die ganze Bantamweight Division von den Frauen ist eh gerade im Chaos. Jeder besiegt jetzt jeden, Champion wechselt nach jedem einmal, also es ist echt auf jeden Fall exciting bei den Frauen gerade. Freut mich auf jeden Fall. Ja, ich glaube, hätten auch nicht viele gedacht, dass Holly Holm den Kampf verliert, oder so? Ich habe auch nicht gedacht, dass sie verliert. Die war bestimmt Favorit gewesen. Ja, die war auch eine Pro-Favorit. Krass, Mann. Siehst du mal. Das ist halt das Gute am MMA, so. Ja, kann alles passieren. Da passiert wirklich alles, ey, das ist, haben so verrückte Sachen schon gesehen in dem Sport. Ja, das ist wahr. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir hier ein bisschen schnell die Preview durch und zwar wäre das ja nächste Woche UFC 201, worauf ich mich auch persönlich sehr, sehr freue, bei den Early Prelims. Ach, ganz kurz, die Fightcard findet in Atlanta statt. Genau. Was auch cool war, die letzte Fightcard hat ja in Chicago stattgefunden und deswegen kam die ja früher bei uns. Das ist angenehm, so was. Das war so angenehm gewesen. Ich glaube, die hat schon 22 Uhr oder 22.30 Uhr angefangen. Das war richtig geil gewesen. Und wo liegt die Atlanta eigentlich? Westküste, glaube ich. Westküste. Oder? Warte mal, schauen wir mal. Verdammt. Auf jeden Fall, die Fightcard am Wochenende, Lawler gegen Woodley, findet ja in Atlanta statt. Und, ähm, ja, ich hoffe halt deswegen, dass die Fights ein bisschen früher anfangen, weil es ist echt immer ein Scheiß, so die Nacht wach zu bleiben, jedes Mal. Was wir jedes Mal machen, aber trotzdem. Es scheint natürlich so richtig cool, wenn die Fights schon um 10 Uhr abends anfangen, statt erst um 0 Uhr oder um 1 Uhr. Ah, nee, Ostküste hier. Ah, Ostküste sogar, sehr gut. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Das ist gut natürlich für die deutschen Zuschauer, die da zuschauen möchten. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Bei den Early Prelims kämpft Cesar Azamendia gegen Damien Brown. Ich kenne beide nicht. Ich habe auch gelesen, der Cesar, der hat ganz gute Kicks, knees, ist ein guter Stand-Up-Fighter. In seinen letzten Fight hat er gegen Marco Polo Reis verloren in der ersten Runde durch TKO, was aber keine Schande ist, weil der Marco Polo Reis, der ist ja auch voll der verrückte Savage. Wie man auch in seinem letzten Kampf gesehen hatte, Damien Brown, kommt ja aus Australien, das weiß ich, ist ein Wrestler und Striker und in seinem letzten Kampf hat er gegen deinen Mann Alan Patrick verloren durch Punkte. Alan Patrick, ja. Und mehr will ich dazu auch nicht sagen. Ja, also, was ich weiß von dem, ich habe mir den Fight nochmal angeschaut gegen Polo Reis, also mir hat es schon gut gefallen, was der Cesar da gebracht hat. Er hat echt gutes Muay Thai, muss man sagen. Er hat, glaube, wo der ausgenockt wurde, war, als die, glaube ich, vom Clinch rauskam oder von einer Cage-Pasher und dann hat er eine kassiert und da muss er halt jetzt halt aufpassen, weil an sich, ansonsten war der gut, er hat den sogar runtergekriegt mal, echt gutes Kickboxen gezeigt und, ja, vom Brown weiß ich auch leider nicht viel. Nur Purple Belt bei BJJ habe ich gelesen, aber jetzt vielleicht auch nichts so spektakuläres. Weiß leider auch nicht so viel über den. Okay. Ich denke aber, also, ja, wenn wir Predictions machen, dann denke ich, dass der Cesar gewinnt, weil er hat mir eigentlich gar nicht so schlecht gefallen, was er da gezeigt hat gegen Polo Reis. Okay, gut, gut. Dann der nächste Fight ist Ryan Benoit gegen Freddy Serrano. Der Ryan Benoit ist ja der Sergio-Peters-Killer, wo ich mich richtig gefreut habe, dass er gewonnen hat. Er ist ein Power-Striker, der hat sehr viel Power in den Händen, darf man nicht unterschätzen. Der hat auch kein Footwork. Hab in meinem Sergio-Peters-Kampf gesehen, wo der die ganze kassiert hat und wirklich schlechtes, schlechtes Footwork hatte. Ich hoffe, der hat ein bisschen daran gearbeitet und wurde auch schon zweimal submitted in der UFC. Das ist, glaube ich, ein bisschen seine Schwäche. Der ist halt ein Stand-Up-Fighter. Der Freddy Serrano ist ein Grappler, ist auch sein UFC-Debüt, hat 3-0, also erst 3-0, das muss ich dir mal geben. Ist auch relativ neu in der Szene und ich hoffe, dass der Freddy Serrano keine Takedowns landen wird und dass Ryan Benoit den ausnockt mit seiner KO-Power, Alter. Ja, bin ich auch gespannt. Also der war ja auch bei Team Verdum, habe ich mir aufgeschrieben. Der Freddy Serrano, der ist ja aus Kolumbien, hat echt gutes BJJ eigentlich. Ja, gegen... Benoit wurde ja letztes Mal von Ben Nguyen, submitted. Ben Nguyen. Nguyen. Oder Nguyen, ich weiß nicht. Nguyen. Nguyen, okay. Ja, da hat er halt eine kassiert. Wenn er halt keinen Fotowalker hat, dann steht er halt da, ne? Ja. Also ich glaube, der wird Probleme haben, wenn er den versucht, rote zu nehmen. Mal sehen, was da passiert. Okay. Aber ich weiß nicht, ich glaube schon, dass Benoit... Der lockt ihn aus. Ich glaube schon, dass der den ausnutzt, ja. Slugfest. Nein, Mann. So, dann der nächste Kampf. Michael Graves gegen Bojan Veliccovic. Der Michael Graves war ja auch bei dieser Tough-Sendung ATT gegen Black Zillions. Du magst ihn ja besonders, weil er sein Wrestler ist. Der ist ja der Albtraum aller Striker ohne Takedown-Defense. Also wenn du Striker bist ohne Takedown-Defense, brauchst du auch gar nicht gegen ihn zu kämpfen, weil der macht dann eh immer dasselbe. Er nimmt dich runter und ja, entweder er kontrolliert dich am Boden halt die ganze Zeit, bearbeite dich mit Schlägen oder er submittet dich halt am Boden. Er hat auch ganz gutes Submission-Game so. Also das klappt eigentlich ganz gut bei dem. Sein Stand-Up geht so, ist so lala, aber man merkt schon, er hat so ein Wrestling und BJJ-Background und so und das nutzt er auch jedes Mal aus. Sein Gegner, Bojan Veliccovic, ist so ein bisschen so ein Grinder, ein Striker. Der hat viele Submission-Siege bei seinen Amateur-Fights. Das ist mir aufgefallen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob der Bojan schaffen wird, hier die Takedowns zu verteidigen von Michael Graves, wenn nicht, verliert er den Kampf. Ja, das ist halt das Problem. Ich habe mir noch bei Graves aufgeschrieben sowieso, dass er bei ATT ist. Also wenn es in eine Decision geht, dann gewinnt er sowieso. Und egal, was passiert. Der numbert, der die Judges bezahlt, mein Schilder. Oh yeah, ja. Und ich habe mir Krabbe aufgeschrieben wegen seinem letzten Fight gegen Noel Brown, weil er diesen Krabbenhof gebracht hat. Ja, und der Veliccovic, ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, er hat mit Judo gestartet, soweit ich weiß, dann BJJ, Muay Thai gemacht, auch so ein Grind-Style. Jetzt wird halt die Frage, reicht das? Ich glaube nicht. Weil, ja, Michael Graves hat schon ein sehr gutes Wrestling halt. Ja, schon ein anderes Level. Das ist, glaube ich, schon ein anderes Level. Wird jetzt halt schwer, muss halt die Takedowns schaffen und den dann irgendwie so finischen. Wird sehr schwer auf jeden Fall für den Bojan. Okay. Dann, Opener der Prelims ist Wilson Rice gegen Hector Sandoval. Der Wilson Rice hat gutes Boxen, Ground and Pond, hat ja unseren letzten Kampf gegen Dustin Ortiz gewonnen, durch Punkte. Der Wilson Rice hat auch gutes BJJ, der war ja auch, der ist ja, glaube ich, auch Jiu-Jitsu-Teacher nebenbei. Also bringt Kindern und so anderen Leuten eben BJJ bei. der landet auch teilweise viele Takedowns in den Fights und ja, so gewinnt er halt meistens seine Kämpfe. Der Hector Sandoval, über den kann ich nicht viel sagen, ist sein UFC-Debüt. Der hat ja auch hier kein Bild in der UFC. Das sind deine Favorite-Fighter. Das ist mein Lieblings-Fighter. Die sollen mich mal einstellen, dann kann ich die Fotos machen. Genau. Nee, die Fotos machen die immer erst so ein paar Tage davor, werden die einreisen halt, aber trotzdem, finde ich immer schade. Vorher kann man sich halt immer da ein Bild machen und ja, ich denke mal so, wenn Hector Sandoval nicht irgendwie so ein MMA-Wunderkind ist, wird Wilson Rice hier den Kampf gewinnen. Ja, und Wilson Rice hätte ja gegen Demetrius Johnson kämpfen sollen, oder? War das nicht so geplant? Ach, stimmt, deswegen kriegt der Hector Sandoval. Ich habe mir schon gemerkt, wieso der so einen Gegner bekommt, weil, stimmt, es war ja geplant, dass er gegen DJ kämpft, aber, ja, Demetrius Johnson, der hat sich ja verletzt gehabt, ne? Krass. Der pullt ja eigentlich auch nie von dem Kampf oder so. Der kämpft ja eigentlich immer und diesmal hat er sich halt echt schlimm verletzt gehabt. Besser für ihn, dann kann er halt wahrscheinlich zocken zu Hause, was er eh die ganze Zeit macht, auf Twitch immer. Ja. Und, ja, jetzt kämpft er halt gegen Hector Sandoval, der wahrscheinlich Short-Notice-Kampf oder der springt halt für TJ ein und das ist halt schon ein anderer Gegner, sag ich mal. Anderes Level. Und mal schauen, was der Mexicano Sandoval hier zeigen wird. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, gegen Wilson Rice hätte er nicht gewonnen, gegen DJ. Also, hat er nochmal ein bisschen, kann er nochmal einen Sieg auf seine Win-Streak oder so draufbringen. Yes. Was ich auch noch sagen muss, ich habe, glaube ich, wieder beim Intro vergessen gehabt, die News, dass wir am Ende die News besprechen. Ich vergesse das jedes Mal. schreibe ich das mal auf, dann schreibe ich das mal auf, glaube ich, dann schreiche ich es rein. Du hast die News vergessen. Okay, dann Anthony Hamilton gegen Damian Damian Grabowski. Vom Anthony Hamilton weiß ich, dass er bei Jacksons Martial Arts trainiert, einen sehr, sehr guten Camp. Der ist ein Wrestler, aber auch mit KO-Power. Der hat aber in seinem letzten Kampf gegen Shamil Abdurakimov verloren durch Punkte. Der Damian Grabowski, der hat viele KO- und Submission-Siege bei seinen Amateur-Fights, habe ich gelesen. Aber bisher hat er halt nur einen Kampf gehabt in der UFC und den auch in der ersten Runde verloren durch TKO gegen Derek Lewis. Der arme, aber das ist auch keine Schande, so wenn du Derek Lewis als ersten Gegner bekommst in der UFC-Debüt, ist halt auch blöd. Und da bin ich mal gespannt, so wie der Kampf hier ausgehen wird. Was hältst du von dem Kampf, von dem Matcher? Die sind ja beide ziemlich gut, was BJJ angeht, glaube ich. Und Takedowns sind ja auch nicht schlecht. Das ist halt blöd gelaufen für den Damian, wie du schon sagst. So ein Monster zu kriegen wie Derek Lewis, der dich dann halt kaputt schlägt mit drei, vier Schlägen, macht keinen Spaß. Der Anthony Hamilton, ich weiß noch, der hat, glaube ich, bei seinem Debüt auch gegen, war es gegen Omi Lanschlag? Ja, glaube gewonnen. Ich glaube, war das ein Debüt gewesen? Ich weiß gar nicht. Ja, ist ja auch nicht mehr. Ich glaube, gewonnen irgendwie durch eine Submission, also auch ganz gutes Ground Game. Da bin ich mal gespannt, wie die beiden kämpfen werden. Wurde sich, glaube ich, jetzt zeigen, weil beide jetzt vielleicht noch nicht, weiß nicht, noch nicht so ein super Level haben. Das ist, glaube ich, ein gutes Matchup auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaube, Anthony Hamilton, der weiß, dass Grabowski wirklich gut im Stand-Up ist. Der wird hier versuchen, hier die Takedowns zu landen und wenn er es schafft, die Takedowns zu landen und den Grabowski am Boden zu kontrollieren, gut für ihn auf jeden Fall. Aber ich glaube, den Grabowski darf ich nicht unterschätzen, der ist bestimmt auch richtig gut. Ich glaube auch, ja. Und ich glaube, hier Grabowski hat eine gute Chance, hier den Anthony Hamilton sogar auszunocken, so, um Stand-Up zu gewinnen. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wird auf jeden Fall ein spannendes Match eigentlich für Heavyweight. Auf den nächsten Kampf freue ich mich sehr, sehr besonders, wirklich, wirklich sehr, weil vor allem, weil eines meiner Lieblingsfighter kämpft, nein, nicht Mike Pai, sondern Jorge Masvidal, der kämpft gegen Ross Pearson. Ich würde mal sagen, vom Matchup her, so beides ungefähr so gleiches Skillset, also beides beide sehr gute Boxer und gute Ringer. Ich würde dir aber den Masvidal hier den Vorteil geben in Jiu-Jitsu und Grappling, auf jeden Fall, weil da ist der auch richtig, richtig gut. Ja. Der Masvidal, ja, was ein bisschen schade ist beim Masvidal, der hat ja jetzt immer so knappe Fights, ne, der hat seine letzten zwei Fights durch Split Decision verloren, aber auch gegen namhafte Gegner, war er gegen Lorenz Larkin und gegen Benson Henderson, wo man auch den Kampf, ich glaube, hätte anders geben können oder so, war wirklich sehr knapp gewesen und ist halt schade, weißt du, und ich hoffe, der Kampf wird dir jetzt mal endlich mal so ein bisschen Klarheit zeigen, wo Masvidal einfach steht. Der Ross Pearson, der hat ja erst letztens gekämpft vor ein paar Wochen, der hat ja, weißt du, noch gegen Will Brooks gekämpft, der von Bellator kam, hat ja auch verloren gehabt, wie ich es schon gesagt habe, dass er verloren, verlieren wird gegen Will Brooks, weil Will Brooks ist ja auch wirklich, wirklich gut, ist auch ungefähr gleich so vom Skillset her, aber hat glaube ich ein bisschen bestes Wrestling und Stand-Up sah auch sehr, sehr, sehr gut aus, aber Ross Pearson darf man trotzdem nicht unterschätzen, ich glaube, den Kampf hat er ganz gut überstanden, deswegen kämpft er hier wieder auf der Fight Card und boah, ich freue mich echt auf Masvidal, Alter, ich glaube, der wird dir eine Meister-Performance ablegen, hoffe ich mal und ich denke mal, der wird dir sein ganzes Skillset auspacken und versuchen, in jedem Bereich Ross Pearson zu dominieren und so den Kampf zu gewinnen, ob jetzt durch Punkte, oder durch Submission, wie auch immer, ist er dann ihm überlassen, so je nachdem, wie der Kampf dann eben, ähm, ja, wie der Kampf dann läuft und ich hoffe, dass Masvidal hier den Kampf gewinnt. Ja, ist echt so, weil echt die letzten Fights, ich habe gehofft, der kriegt jetzt diesen Fight, wo der dann wieder so Skyrocket hochgeht, weil 170 ist echt nicht eine schlechte Division für den, schafft er auch das Gewicht ohne Probleme und davor war er bei 155, oder? Masvidal? Genau. Genau, ja, finde ich eine gute Division für ihn, man hat es ja auch gesehen, der kann es, der ist ein super Fighter, der kann ja auch alles, der hat ja auch früher bei diesen Streetfights mitgemacht, von Kimbo Slice, war echt super und auch die ganzen Sachen davor, er ist echt ein super Typ halt, er hätte ja gegen Sia Bahadurzada kämpfen sollen normalerweise, der hat sich dann irgendwie verletzt oder irgendwie Krankheit, weil das wäre auch ein super Fight gewesen, hätte ich mich auch richtig gefreut, weil Sia ist auch ein super Fighter. Jetzt Ross Pearson, echt Respekt, dass er den Fight nochmal annimmt nach vier Wochen, nachdem er gekämpft hat, muss ich sagen, aber ich denke, Masvidal wird das schon klären, also Masvidal, finde ich, ist ein besserer Fighter einfach. Und falls ihr diese Streetfights anschauen wollt, von Masvidal einfach eingeben, Jorge Masvidal, also George Masvidal halt, Streetfights, da kämpft er gegen einen Kämpfer von Kimbo. Genau. Den Kampf kann man sehen. Da ist er auch noch voll jung, irgendwie 17, 18, so mit langen Haaren und so, das swingt ja auch um sein Leben, Alter, damals als Streetfighter, er ist voll verrückt, der Junge, Alter, so. Ja, sieh ich mal, da hat er schon seine... Kim getestet, ja. Ja, Mann. War auch ein sehr harter Kampf gewesen. Für den. Auf jeden Fall, ja. Gut, dann, der nächste Kampf ist Nikita Krylov gegen Ed Herman. Beide Fighter, sage ich mal, auch ungefähr gleich so, von ihren Fähigkeiten, von den Skills her. Beide mit Knockout-Power, also wirklich gutes Stand-Up, da müssen beide aufpassen. Ich hoffe, das wird hier nicht so ein langweiger Kampf, wo beide wirklich die ganze Zeit zirkeln und schauen eben, bis der andere Fehler macht oder reinscharcht oder so. Ich hoffe mal, da gibt es ein bisschen mehr Action. Der Krylov, ich würde den Krylov aber hier einen Vorteil geben, beim am Boden oder beziehungsweise seine Submissions, der hat ja seine letzten drei Fights durch Submission gewonnen, da ist er echt gefährlich, weil der tut ja meistens immer seine Gegner runterschlagen, also schwer treffen und danach tut er die am Boden Submitten. Da ist er wirklich sehr, sehr gut, da muss Ed Herman auf jeden Fall aufpassen. Aber Ed Herman selber kommt ja auch von dem Sieg, also der hat in seinem letzten Kampf gegen Tim Boach gewonnen, muss ich dir mal vorstellen, der hat in der zweiten Runde TKO Tim Boach, der ja bekannt ist für sein sehr gutes Kinn und ja, ich freue mich mal, ich freue mich echt auf den Kampf, ich hoffe halt, wie gesagt, dass es jetzt kein langweiger Kampf wird, wo halt beide Fighter so die ganze Zeit zirkeln und jetzt auch nicht viel machen im Kampf oder so, weißt du? Ja, nee, ich hoffe es auch nicht, aber ich denke nicht, weil Nikita hat ja auch seine ganzen Fights durch Finish gewonnen, die er gewonnen hat und der geht auch für den Kill, ich glaube, einer von beiden wird ausgenockt auf jeden Fall. Ja, sage ich auch, würde ich auch sagen. Ich glaube aber auch, dass Nikita Krylov hier auf jeden Fall den Vorteil hat, hat mir auch sehr gut gefallen seine letzten Kämpfe, sehr gute, sehr gute Takedowns auch, gute Takedown Defense und das richtige K.O. Power auf jeden Fall, muss man aufpassen auf den Kerl, auf den Kerle. Auf den Kerle, okay, dann Opener der Main Card ist Ian McCall gegen Justin Scoggins. das ist ja die Flyweight Division, Janik, das ist ja deine Division. Willst du den Kampf previewen? Was sagst du zu dem Kampf? Ja, Ian McCall hat ja schon ewig nicht mehr gekämpft, den letzten war ja gegen Hands of Stone. Vor anderthalb Jahren war das gewesen. Anderthalb Jahre gegen Hands of Stone, der hat er richtig kassiert. Gegen John Lineker. Genau, aber ich finde, der Ian McCall ist sehr gut, was seine Geschwindigkeit angeht, er hat sehr explosive Strikes, auch gute Takedowns, gutes Ground and Pound, auch nicht schlechte Takedown-Defense. Jetzt hat er aber gegen Justin Scoggins, der mir sehr gut gefallen hat in seinem letzten Kampf, hat sehr, was hat denn der gemacht? Karate-Kicks oder so, Mann, der war voll verrückt, was Stand-Up angeht, das habe ich auch noch nicht gesehen. Hat mir sehr gefallen, auf jeden Fall von Justin Scoggins, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, damals gegen Dustin Ortiz war das noch, das ist jetzt schon länger her, hat er nicht gezeigt, was er drauf hat, er wurde halt runtergenommen und dann konnte der nicht viel machen. Jetzt gegen Ian McCall wird es auf jeden Fall eine spannende Sache, weil beide sehr gute Stand-Up-Fighter sind, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Prüfung für Justin Scoggins und ich sage sogar, dass er gewinnen wird, weil er, ja, hat halt gezeigt, was er drauf hat, hat ein verrücktes Stand-Up, ich glaube, damit wird Ian McCall ein bisschen Probleme haben und er hat auch Power in seinen Händen, der Justin. Vor allem, was auch richtig gut ist bei Justin Scoggins, das ist ja auch so ein Volume-Striker, der landet echt wirklich sehr, sehr viele Punches und viele Takedowns, habe ich gesehen in seinen letzten Kämpfen, das ist wirklich krass und wenn er das hier genauso macht gegen Ian McCall, der wird auch echt ein Problem haben auf jeden Fall gegen den. Okay, dann der nächste Fight ist Francisco Rivera gegen Eric Perez. Ballfighter sind Striker, der Rivera hat ein gutes Kinn, der hat seine letzten zwei Fights aber verloren, aber das waren gegen namhafte Gegner, sein Gegner Eric Perez, wie schon gesagt, ist ein Striker, seinen letzten Kampf hat der gewonnen gehabt gegen Taylor Lapilus, aber das ist ja wirklich ein No-Name durch Punkte, ich weiß ja, dass er bei Jackson's Martial Arts trainiert, bei dem richtig guten Gym mit Greg Jackson halt, ja, gefällt mir aber nicht so wirklich als Fighter, der Francisco hat mir schon in seinen letzten Kämpfen schon ein bisschen mehr Fortschritte auf jeden Fall gezeigt, also vom Striking her und so und hat mir noch in dem Uriah-Fehber-Kampf gesehen, da hat Francisco, der hat er auch wirklich krass eingesteckt und auch gut ausgeteilt, den darfst du nicht unterschätzen und ich denke mal, dass hier Francisco Rivera den Kampf gewinnen wird gegen Eric Perez. Denke ich auch, weil Eric Perez ist auch so ein Typ, ich weiß noch, damals gegen Brian Carraway, da habe ich nämlich auf Brian Carraway gewettet, dass der Eric Perez halt halt keine gute Take-Down-Defense, jetzt hat er aber Francisco Rivera, der ist halt eher ein Striker, aber der Eric Perez ist eh so ein Typ, der swingt halt voll viel, finde ich, ist mir ein bisschen zu wild, erinnert mich ein bisschen an Diego Sanchez, der trainiert zwar bei Jackson's, aber der erinnert mich so an Diego Sanchez, also ich weiß nicht, vielleicht trainieren die beiden immer zusammen und der Rest von Jackson trainiert so woanders in einem anderen Raum oder so, also erinnert mich ein bisschen daran, ich denke auch Francisco Rivera wird es bringen, der hat es schon gegen Grylal Faber, wie du schon sagst, eine sehr gute Performance abgeliefert, gefällt mir immer besser und hat auch Power in seinen Händen und auch gutes Striking auf jeden Fall. Yes, gut, dann auf den nächsten Kampf freue ich mich besonders und zwar ist Matt Brown gegen Jake Amberger, ich sage nochmal kurz, Matt Brown kämpft wieder, Alter, es freut mich, es gibt wirklich keinen langweiligen Matt Brown-Kampf, wenn der Typ kämpft, gibt es immer Action so, da freuen sich auch immer die Fans so, weil die wissen, der Junge delivert jedes Mal. Gut, bei seinem letzten Kampf war es ja gegen Demi Maier gewesen, das ist ja keine Schande, es war halt klar, wahrscheinlich irgendwo ein bisschen klar, dass er hier dominiert wird von Demi Maier, dass Demi Maier ihn runternimmt und ihn dann versucht zu submitten oder ihn so am Boden zu kontrollieren. Diesmal hat der Gegner so auf Augenhöhe, würde ich mal sagen, Jake Ellenberger, auch ein Striker, auch ganz gutes Resting eigentlich, nur sein Resting hat er in seinen letzten Kämpfen kaum eingesetzt, was echt komisch ist, weil in seinem Stand-Up hat er in seinen letzten Kämpfen oft verloren und ja, gibt es auch mal diese Kontroversen, der tut ja mit diesen Dings trainieren, mit diesen Edmund Tavardy und so, das ist ja nur ein Boxing-Coach eigentlich und das ist ja auch der Trainer von Ronda eben und Travis Brown und du siehst ja, wo die in der Karriere stehen und so, die anderen Falter und so und die haben halt echt wirklich Probleme und der Jake Ellenberger, der hat ja glaube ich auch seine letzten zwei Fights verloren und ich glaube, der ist so ein bisschen, der muss sich mal Gedanken machen irgendwie über seine Karriere, wie das eben weitergeht oder so, weil, keine Ahnung, also die Performances, die er abliefert, auch in seinen letzten Kämpfen, sahen echt nicht gut aus und ich finde es halt schade, dass er auch keine, dass er auch nicht mehr so viel Takedowns shootet und so, gut, er kämpft halt meistens auch gegen gute Wrestler, aber Jake Ellenberger hat ja selber einen Wrestling-Background, weißt du, und auch wenn er so Punching-Power hat, KO-Power, soll er mal ein bisschen so, ich sag mal, Mix-Up machen, ein bisschen mehr Takedowns versuchen und so, vor allem jetzt bei Matt Brown, so ein Gegner, der jetzt nicht so gute Takedown-Defense hat, der jetzt öfter so exposed worden ist für seine Takedown-Defense und da würde ich es auf jeden Fall ausnutzen, weil Matt Brown, ähm, über den kann ich sagen, wie gesagt, super Striking, ähm, sehr gefährliche Knees, Elbows, der Junge schlägt aus jedem Winkel, ähm, keine Takedown-Defense und, ähm, ja, keine Takedown-Defense ist gut, ja, und wie gesagt, keine, keine, es gibt keine langweiligen Matt Brown-Fights, also, wenn die Jake Ellenberger nicht seine Taktik ändert und versucht hier, äh, Matt Brown, seinen Arsch zu Boden zu kriegen, wird er hier im Stand-Up gekillt, sage ich, von Matt Brown und der wird hier dann wieder erstehen, wieder auferstehen, als die Immortal und die Jake Ellenberger vernichten. Ne, so sehe ich es auch, also Matt Brown wird das auf jeden Fall normalerweise gewinnen, Jake Ellenberger muss halt, wie du sagst, darf nicht dumm sein und muss es halt auf den Boden bringen, weil so gewinnt man halt gegen Matt Brown. Jetzt frage ich mich aber auch, wieso der das nicht öfter probiert hat. Also ich meine, gegen Kevin Gastelum braucht er es nicht probieren, der hat ja eh keine Chance gehabt, aber gegen Thompson, da hat er es schon probiert, Thompson hat aber gute Takedown-Defense gezeigt, aber der wollte halt Leute auslocken, ich weiß nicht. Vielleicht hat er so Blut gelegt bei diesem Camp, dass alle denken jetzt, okay, wir sind die krassesten Boxer, ich locke jetzt die Leute aus, dann versuche ich die anderen Sachen, die ich gut kann, mache ich einfach nicht mehr. Ja, das hat sich halt dann gezeigt, ne, die ganze Tavardian-Crew, die verliert halt jetzt. Das ist halt leider nicht so ein solides Camp. Und ich glaube auch, Matt Brown wird dem ein paar Elbows geben, gegen den Cage-Pressuren und wird den dann auch auslocken. Ja, ich glaube auch. Dann ist auch für Ellenberger vorbei jetzt bei der UFC. Ich glaube, das wird ein Highlight-K-O für Matt Brown werden, worauf ich mich sehr freue. Okay, dann der nächste Kampf ist, der Com-Main-Event, Rosna Majunas gegen Carolina, Kowalkiewicz. Janik, was sagst du zu Rose? Rose ist auf jeden Fall der Hammer. Hat mir sehr gefallen gegen Tisha Torres letztes Mal. Sehr gutes Striking. Wird immer besser. Also ich habe das Gefühl, seitdem sie bei Tav war, ist sie richtig krass durch die Decke gegangen. Immer besser geworden. Hat halt bei Tav gegen Carla Esparza verloren. Aber ich glaube, die wird jetzt mittlerweile gegen Carla Esparza gewinnen. Ich habe mir dieses Road to Octagon war das, glaube ich, angeschaut von ihr und Carolina hat mir sehr gut gefallen, was sie da gesagt hat. Die hat auch gesagt, die trainiert für alles. Die will in allem immer besser werden. Die hat auf jeden Fall die Work Ethic und die hat ja auch mit Pat Berry einen guten Macker an der Seite, der ihr auf jeden Fall gutes Striking beibringen kann. Man hat es gesehen, die ist richtig loose. Also es ist so, wenn man so mit McGregor so diese Looseness, so dieses gute Footwork und dieses, ja halt dieses In-and-Out, das macht ihr auf jeden Fall sehr gut und das erinnert mich ein bisschen daran. Ihre Gegnerin, die Carolina, ist auch sehr gut. Die hat halt viel Volume. Das Problem bei der ist, die kassiert auch einiges, finde ich. Die ist damals vom Krav Maga, kam die, hat sie gesagt bei so einem Interview, ist sie vom Krav Maga gekommen, hat, ja, solides Striking, hat Takedown Defense, ist auch okay. Aber die Namajunas ist, glaube ich, einfach gerade auf so einem Run, wo es schwer wird, jemanden zu stoppen. Ich glaube, die Rose wird die entweder im Stand-Up kaputt oder die runterkriegen und da es abmitten, weil Rose hat auch ein sehr gutes Submission-Game. Carolina ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, aber die hat halt nicht so viel Power, die hat halt viel Volume und das wird, glaube ich, nicht viel bringen gegen die Rose. Also ich glaube, wenn du gegen Rose gewinnen willst, dann musst du sie finishen und das schafft die, glaube ich, nicht, die Carolina. Okay. Ich glaube, auch Rose wird jetzt bald gegen Johanna Jenjajek kämpfen. Schon, oder? Ja, ja, die wird, glaube ich, nächste Contender. Das wird ein Kampf, das wird ein Kampf. Ja, das schaue ich sogar zu. Gut, dann Main Event der Karte, Yannick, es ist soweit. Endlich, Tyron Woodley kämpft wieder. Tyron Woodley kämpft wieder, nachdem er gefühlte zehn Jahre gewartet hat. Oder kannst du nochmal die Geschichte erzählen für die Leute, die das nicht wissen? Ich weiß noch, als er gegen Kevin Gastelum gekämpft hat, da hat er ja schon in meinen Augen verloren gehabt. Da hat er sich ja verletzt, irgendwie an vier Stellen den Fuß gebrochen gehabt. Dann war der erst mal weg, dann kam er zurück und wollte gegen Johnny Hendricks kämpfen und Johnny Hendricks hat dann mal einen super Weightcut hingeliefert mit 25 Pounds drüber. Das war echt ganz gut. Aber Tyron Woodley hat dann noch aus Trotz einfach das Weight gemacht und es hat, glaube ich, irgendwie Dana White impressed und da hat Dana gesagt, ja okay, du kriegst jetzt den Nidl-Citle-Shot und in der Zwischenzeit hätte sicher Tyron Woodley kämpfen können, aber er hat gewartet und gewartet und gewartet und dann sind irgendwann mal zwei Jahre vergangen oder anderthalte Jahre und jetzt hat er die Chance gegen Robby Lawler zu kämpfen. Da dachte ich mir, Alter, das kann es nicht sein. Ich dachte mir, kämpf doch wenigstens gegen irgendjemand. Das kann schon nicht so eine lange Pause machen. Das hat mich ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Der hat ja auch vorhin schon in den Interviews immer so gemeint, der wartet, bis der Robby kriegt, sonst kämpft er nicht und so. Naja, dazu sag ich mal nichts. Ich sag mal so, beide Fighter sind ungefähr gleich so vom Kampfstil her. Beide Fighter mit Knockout-Power gesegnet, beides auch Wrestler, auch von der Speed her, also gerade so Tyron Woodley und so, so die Handspeed und so, die sind sehr explosiv, sehr schnell, also auch sehr, sehr ähnlich. Beide tun auch bei ATD trainieren, aber ich weiß, dass Robby Lawler in einem anderen Gym trainiert. Also schon in Florida, da gibt es ja mehrere ATDs oder so, also mehrere Gyms quasi und die tun nicht im gleichen Gebäude trainieren, das weiß ich halt. Also nicht wirklich direkt Trainingspartner, sind halt im gleichen Camp, aber die tun nicht zusammen trainieren oder so, weißt du? Okay. Genau, das wissen auch vielleicht viele nicht und was hier halt der Unterschied ist, würde ich mal sagen, der Robby Lawler hat halt ein wirklich gutes Conditioning, so die Ausdauer ist halt wirklich krank von Robby, so der kämpft halt immer fünf Runden so, dem macht das nichts aus und der hat halt auch die Puste so und Tyrone Woodley hat hier halt ein wirklich Problem, weil das ist halt ein Titelkampf, das wird ja auch fünf Runden gehen und Tyrone Woodley hält niemals, niemals fünf Runden durch, niemals. Er hat schon bei drei Runden Probleme, ja, mit seiner Ausdauer und so, man merkt das ja auch schon, der hat auch sehr viele Muskeln immer und die benötigen halt sehr viel Sauerstoff, weißt, vor allem so im Sport, wenn man halt so einen muskelösen Körper hat und dann gerade so ein Sport macht wie MMA, also kämpft allgemein, das erfordert halt sehr, sehr viel Kraft, ne, und man hat halt auch schon in den letzten Kämpfen, in den vorherigen Kämpfen von Tyrone Woodley auch in der Vergangenheit gesehen, dass eben gerade so längere Kämpfe immer Probleme gemacht haben und so, weil er dann auch immer müde geworden ist und da wird auf jeden Fall, da scheint auf jeden Fall Robby Lawler so, durch seine Konditionen, so, da hat er den Riesenvorteil und sonst, ja, wie gesagt, also da würde ich ihm den Vorteil geben und was wollte ich noch sagen, der Robby, da hat ja auch jetzt in seinem letzten Kampf, der hat ja jetzt die letzten drei Titel, also die letzten drei Kämpfe seinen Titel verteidigt, was auch sehr, sehr gut ist, im letzten Kampf gegen Carlos Condit, was aber wirklich sehr, sehr knapp war, weil Condit hat den echt Probleme gemacht, das war eine Split-Decision gewesen, Tyron Woodley, wie du auch schon erwähnt hast, der hat ja in seinem letzten Kampf gegen Calvin Gastelum gewonnen, auch durch Split und ja, ich bin jetzt halt mal wirklich gespannt so, also Tyron Woodley hat ja genau, als ich verletze nicht mehr, was ich sagen wollte, also ich glaube, ich denke mal, Woodley wird hier reingehen und versuchen, Robby auszunocken, der wird ihn niemals versuchen, irgendwie durch Punkte zu gewinnen oder so, weil der weiß doch, der schafft das nicht, also der ist ja auch kein Volume-Striker so, der ist ja sehr explosiv und das ist halt seine Stärke so, indem er seine Gegner schon in der ersten oder zweiten Runde ausknockt und ich denke mal, das wird er bei Robby auch versuchen, aber der wird das niemals schaffen, glaube ich nicht, ich meine, die Möglichkeit, die Power dazu, hätte er vielleicht, aber Robby hat auch wirklich ein Kinn wie ein, keine Ahnung, wie so ein Wolkenkratzer, so das muss ich erst mal schaffen, Robby auszunocken, so das ist auch fast unmöglich, so und Robby ist auch nicht blöd, der weiß, dass Tyron Woodley sehr explosiv ist und versuchen wird, ihn in den ersten Runden aggressiv gegen ihn zu kämpfen und ihn auszunocken und Robby Lawler wird bestimmt auch gut zirkeln, gutes Footwork zeigen und auch gutes Punching, der wird dann Tyron Woodley hier mit dem Jab bearbeiten, so wie das Roy McDonald gemacht hat, ihn müde machen, vielleicht sogar sein Resting einsetzen, sein, ja, irgendwie Octagon Pressure oder so, gegen den Cage Pressuren oder so und ich denke mal so, das wird so Key to Victory sein von Robby Lawler, indem er versucht, Tyron Woodley ein bisschen müde zu machen und dann ihn in den späteren Runden so zu zerpflicken und ja, bis er halt wartet, so Tyron Woodley wird sich in dem Kampf quasi selber vernichten, so durch seine schlechte Kondition, würde ich mal sagen und ich sage, dass Robby Lawler hier den Kampf durch Punkte gewinnt. Kann ich mir gut vorstellen, vor allem, du hast ja schon gesagt, vier Kämpfe oder seine letzten vier Kämpfe waren ja alles fünf Rundenkämpfe, das ist auch unglaublich so, das ging auch immer in die fünfte Runde so, also der Condition bis zum geht nicht mehr, also für den ist das gar kein Problem und Tyron Woodley ist da halt so ein Kandidat wie Hector Lombard oder wie heißt der andere, Sanchez oder dieser, der von TriStar Gym, Alex Sanchez glaube ich, diese, nein, du meinst Dings, ähm, warte, die Kobaner meinst du? Genau, ja, die Kobaner, wie hieß denn der nochmal? Verdammt, Alter, vielleicht fällst du später mal ein, weg mal weiter. Auf jeden Fall, genau gleich ja auch Körperbau, so, die sind sehr explosiv, haben sehr viel Power, aber gassen dann halt nach ein paar Minuten. Ich frage mich halt, also er hält auf jeden Fall die Power, alle auszunocken, glaube ich, Tyron Woodley, Alex Garcia. Alex Garcia, genau, genau so war das, genau. Ich frage mich halt, irgendwann geht Robby Lawless Chin halt auch kaputt, ich frage mich halt, wann das geht, vielleicht jetzt nicht bei Tyron Woodley, aber irgendwann kann er ja auch nicht mehr so viel einstecken, Mann. Das ist ja unglaublich, wie viel er einstecken kann, ich weiß jetzt nicht, vielleicht schafft er das jetzt auch, bei allen seinen Feiten der Karriere, aber das ist ja unglaublich. Schon damals gegen Robby wurde der richtig gerockt, dann gegen Carlos Conte wurde der auch richtig krass gerockt. Das ist wirklich verrückt, ne? Gegen Hendrix ja auch, das ist unglaublich. In der fünften Runde kommt er zurück, als wäre der ein Dämon. Der ist kein Mensch, wie John Jones, Alter. Ja. Das ist halt so ein 5th-Round-Fighter auch, ne? Gerade in der fünften Runde, wo die Fighter eigentlich richtig müde sind und eigentlich noch mal alles geben müssen, aber es halt nicht auch mal schaffen, weil die einfach, ich meine, die wollen, aber der Körper lässt halt nicht zu, weil die einfach so müde sind und Robby Lawless scheint da auch, weil der hat ja eine sehr gute Kondition und so in der fünften Runde da blüht er richtig auf und da macht er den Gegner immer sehr, sehr viele Probleme, so wie gegen Carlos Condit auch, wo der den fast gefinished hätte in der fünften Runde, Alter. In der fünften, das musst du dir mal geben, Alter, wo du eigentlich nichts mehr im Gas-Sank hast, wo du richtig müde bist und ich denke mal, wenn es bis in die fünfte Runde gehen sollte, dann würde die sowieso definitiv verlieren. Ne, glaube ich auch. Also der muss den wirklich in den ersten zwei Runden fertig machen, weil sonst hat er verloren. Du wirst auch gleich merken, in welche Richtung der Kampf geht, wenn Robby den schafft, so den Kampf so ein bisschen zu kontrollieren, vielleicht den sogar runterzunehmen, gutes Footwork-Beweis und so und ja, dann merkst du ja auch bestimmt, wo er Woodley, der schafft das nicht mehr irgendwie. Ne, ne, also von Condition her auf jeden Fall nicht. Wer weiß, bei MMA kann alles passieren, da reicht ein Schlag und Woodley hat halt die Kraft, aber ich, ich sag mal so, ich glaube, Robby Lawless wird auf jeden Fall gewinnen. Vor allem, das Problem ist halt, wenn das so ein knapper Fight wird, sind beide bei ATT, dann muss Adam Lambert auf einsetzen. Ich glaube, der wird dann auf Robby Lawless setzen. Das Cash auf Robby Lawless setzen und dann kriegt er die Decision. So wie bei Condit, weil Condit in meinen Augen gewonnen hat. Okay, dann kommen wir zu den News. Was gibt es da für uns, Yannick? Also wir haben hier Jay Sonnen, denkt über ein UFC-Comeback nach, wenn er den USADA-Drug-Test schafft. Dann die nächste News, würde ich mal sagen. Da brauchen wir nicht zu reden, weil er es eh nicht schaffen wird. Aber ich fände es geil, weil die Promos von Jay Sonnen sind immer ganz witzig. Ja, vor allem jetzt so mit dem USADA-Testing, was die alles testen teilweise. Ja. Da wird ja jeder Fight, bei jedem Fighter finden die irgendwas. So weißt du, da nächste News ist, Conor McGregor's Coach sagt, dass er Nate Diaz in der vierten Runde finishen wird. Was sagst du dazu? Ja, ich frage mich so, wie der darauf kommt in der vierten Runde. Wahrscheinlich, weil die mit anderen Gamepläern reingehen werden. Conor McGregor wird hier ein bisschen vorsichtiger kämpfen, ein bisschen mehr auf seine Konditionen achten, nicht so wild reingehen, so wie er es halt immer macht und die Gegner halt in den ersten Sekunden ausknockt, sondern die versuchen hier ein bisschen Volume-Punching zu machen, also auch so ähnlich wie Nate Diaz, meine ich, und hier ein bisschen vorsichtiger zu kämpfen, seinen Footwork mehr zu benutzen, die Konditionen gut einzuteilen über die fünf Runden, das ist das Wichtigste für ihn und ich denke mal, wenn er das schaffen sollte, dann kann es ja möglich sein, dass er in der vierten Runde sogar finisht. Kann sogar sein, ja. Ja, genau. Aber wird auf jeden Fall ein schwerer Kampf, weil Nate Diaz kommt dann auch mit einem vollen Kämpfen, Ausdauer haben die ja eh, die Diaz-Brothers, ich schwöre, die könnten 30 Runden kämpfen wahrscheinlich. Ja, Mann. Das ist unglaublich und der kommt ja immer vorwärts, also es wird echt ein harter Test für McGregor und ich frage mich, kommt der jetzt besser zurück als davor oder wird der auch kassieren? Das ist die große Frage, was sagst du dazu? Ja, also ich denke mal schon, dass er besser kommen wird, weil ich habe heute ein Foto gesehen, McGregor, der tut ja jetzt mit Cristiano Ronaldo trainieren. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, wenn du mit Cristiano Ronaldo im Gym trainierst, dann kann es ja, dann muss ja alles gut gehen, ne. Dann kannst du gar nicht verlieren. Ne, ich glaube, der hat ein bisschen voll viel gelernt von Cristiano Ronaldo, vor allem so die Kicks und so, da hat er bestimmt sehr gute Kicks gezeigt vom Fußball und ja, das ist ja schon mal ein gutes Omen und ich sage, Conor McGregor gewinnt hier mit der Hilfe von Cristiano Ronaldo. Ja, okay, gut. Dann haben wir noch, dass Ben Henderson auf jeden Fall, ob er gewinnt oder verliert, retiren wird. Wer kämpft ja gegen Michael Bisping? Das alleine ist ja schon eigentlich schon eine Katastrophe in meinen Augen. Also, auf den Kampf freue ich mich nicht wirklich. Findet der schon statt oder wird der stattfinden? Ist ja schon gesetzt. Wird der stattfinden? Ich glaube, Tua, 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 oder Tua, 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 Gut auf jeden Fall von Dan Henderson, dass er sich dazu entscheidet, zu retiren, je nachdem, ob er den Kampf gewinnt oder verliert, weil er ist ja auch schon ziemlich alt. Man immer noch, klar, immer noch sehr gefährlich so, immer noch Knockout-Power in den Händen, aber er hat wirklich einen Alter erreicht, da sollte man sich vielleicht andere Sachen im Leben widmen. Ich meine, der ist 46 oder so, glaube ich, mittlerweile, oder? Oder 45 sogar? Und, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht wirklich so excited auf den Kampf, so Michael Bisping, keine Ahnung, der hat halt, weiß nicht, der soll ja nicht böse gemeint, so Michael Bisping, die Kämpfe von Michael sind halt ein bisschen langweilig, finde ich, so. Klar, so die letzte Performance war halt sehr gut gewesen gegen Luke Rockhold, so, Rockhold war doch selber schuld, ich habe es Bisping auf jeden Fall gegönnt, so, da war Rockhold ein bisschen sehr arrogant gewesen und so und da hat ihn halt, der hat halt mit seinem Bewusstsein gezahlt in dem Kampf und, keine Ahnung, was ich jetzt zu Dan Henderson gegen Michael Bisping sagen soll, ich bin jetzt nicht so excited, vor allem, weil Dan Henderson hier retieren wird, egal ob er gewinnt oder verliert, wie du schon gesagt hast und, weiß nicht, also ich würde eher so ein Rematch sehen, Rockhold gegen Bisping nochmal so und diesmal Rockhold halt mit Hände oben und nicht so einen Scheiß machen. Ja, jetzt weißt du, seitdem Michael Bisping gewonnen hat, kommen jetzt alle wieder aus der Ecke, die kamen ja danach alle aus der Ecke, dann kam auf einmal Anderson Silva wieder, dann kam Chris Whiteman, dann kam Luke Rockhold sowieso, es kamen so viele Leute, die sagen, ja, ich nehme den Fight, oder GSP hat sogar gesagt, ich kämpfe gegen Michael Bisping, weil alle wussten, okay, das ist nicht der, also Michael Bisping, ich habe mich richtig gefreut für den, aber die sind halt ein bisschen auf einem anderen Level, so Luke Rockhold und Chris Whiteman, aber ja, Dan Henderson, also, ich kann mir sogar vorstellen, dass Dan Henderson mit der Kraft, die der hat, den vielleicht sogar ausknockt, ich meine, der hat ja auch Hector Lombard ausknockt und der hat es ja Michael Bisping ausknockt, genau, das war ja ein brutaler Knockout, wo Dan Henderson Michael Bisping ausknockt hat, ja, genau, das sieht ja, das sieht richtig brutal aus, ne, vielleicht schafft er das sogar nochmal, also, das kann alles möglich sein, also, ich würde gerne Dinger sehen, Chris Whiteman würde ich wieder sehr, sehr, sehr gerne sehen, so, der hat ja lange nicht mehr gekämpft, Whiteman gegen Bisping würde ich gerne sehen oder halt Rockhold gegen Bisping oder Rockhold gegen Whiteman, wäre auch cool, Kämpf, was ist denn jetzt eigentlich mit Whiteman, hat der ja gerade eine OP gehabt oder was? Ich weiß gar nicht, der hat irgendwie, das mit Q&A gewesen, letztens, und da hat er irgendwas im Hals gehabt, der wurde am Hals irgendwie operiert, da war irgendwas gewesen, der hat da so ein Pflaster gehabt an seinem Hals, ich weiß nicht mehr was, ich habe da nicht zugehört, aber, weil ich höre da eh nicht mehr zu, der ist eh immer irgendwo verletzt, aber, ich denke mal, der wird, stimmt, der hat irgendwie gemeint gehabt, dass er im Winter wieder kämpfen kann oder so, irgendwie hat sogar irgendwas gelabert von Madison Square Garden oder so, weil es klappen sollte und, wann, ich glaube, Oktober oder so hieß es, irgendwie so ungefähr um den, um den Zeitdreh, so, Ja. Ok, auf jeden Fall gut, dann sind wir ja durch. Ja, das war es insoweit von uns, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, auf jeden Fall freut uns, dass ihr uns zuhört und uns Feedback gibt, auch so wie in der letzten Ausgabe, so, wir freuen uns wirklich sehr, wir lesen immer die Comments durch und, Hammer auf jeden Fall, dass uns überhaupt jemand zuhört, wie gesagt, sag ich ja jedes Mal. Das finde ich auch Hammer, das freut mich richtig. Echt cool und auch cool, dass ihr auch die Fights anschaut, MMA anschaut, euch für MMA interessiert, gerade für die UFC, ist ja auch nicht so populär hier, wir versuchen es ja so ein bisschen mehr in die Köpfe der Menschen reinzupressen, so dieses MMA-Ding, ist ja sehr schwer hier in Deutschland und ja, wie gesagt, freut uns, dass ihr einschaltet, falls ihr, ja, falls ihr euch die Ausgabe gefallen hat, könnt ihr uns ja einen Daumen hoch geben und auch unseren Channel abonnieren, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben inzwischen elf Abonnenten, was ja unglaublich ist für uns. Ich finde es Hammer, dass schon alleine, dass elf Leute Bock haben auf uns, finde ich schon krass. Sehr geil auf jeden Fall, ja. Und sonst, was ich euch auch noch empfehlen kann, falls ihr so Serien-Junkie seid oder sehr gerne Serien anschaut, kann ich euch eine Serie empfehlen, die ist schon rausgekommen auf Netflix, ist jetzt off-topic, aber ist egal, schaut die euch bitte an und zwar heißt die Stranger Things, also Stranger Things, eine Hammer-Serie, die kam am 15. Juli raus, die gibt es ja auch auf Deutsch, falls ihr Netflix haben solltet, schaut die Serie bitte an, es sind acht Episoden und das ist eine der geilsten Serien, die ich in meinem Leben gesehen habe und ja, könnt ihr Feedback geben, vielleicht kennt ihr die Serie, wenn nicht, schaut sie euch bitte an und genau, sonst würde ich noch was sagen, Yannick? Ja, auf jeden Fall, danke für die Comments für letztes Mal, war ganz cool und ja, ihr wisst ja, der Gökhan der Serien-Junkie schreibt uns auch eure Meinung zu eurer Lieblingsserie, wenn wir es gerade dabei haben. Und ja, abonnieren, liked uns, freut uns auf jeden Fall, dass ihr uns zuhört und ja, ich bin einfach nur froh, dass Leute uns zuhören und es denen gefällt, das freut mich einfach am meisten. Ja, sonst, falls ihr von uns wollt, dass wir ein bisschen mehr über Dinger reden, über Serien oder so, können wir auch gerne machen, da kenne ich mich ja ein bisschen aus, da weiß ich ein, zwei ganz gute oder ihr könnt mal reinschreiben, was ihr so anschaut, so für Serien, interessiert mich ja auch, könnt ihr mal in die Comments, Comments-Section reinschreiben, was ihr so anschaut, was euch so gefällt und ja gut, das war es dann soweit von uns, vielen Dank fürs Einschalten und Janik, du hast schon was zu sagen? Ja, schreibt auf jeden Fall auch noch zu den Fights rein, also sagt uns eure Predictions, was ihr denkt zu den Fights, interessiert uns auch, wir diskutieren gerne mit euch darüber. Okay, ich hab euch lieb, macht's gut auf jeden Fall und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.